Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods. Wir sind wieder am Portal zurück. Ich bin den ganzen Weg mal ohne euch gelaufen. Und ich muss mich hier umschauen. Ich brauche Closetown. Meine Herren, das kann doch nicht so schwer sein, mir ein bisschen Closetown zu verschaffen. Ich brauche Closetown. Aber ich glaube fest daran, dass das hier alles schon weggebaut ist, der Closetown. Also, dass der alles weggebaut wurde schon von denen. Nicht den Kollegen. Ach, kommst du nirgends mal ran? Ich muss die übelste Umwege machen. Ja, ich glaube, der hilft noch eins. Ich werde den ZITUS mal wieder Farben schicken. Das hat sowieso immer nichts zu tun. Kann man eigentlich auf diese Grabstellung nehmen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da irgendeine Scheiße rein tapiere und sterbe oder sowas. Oh, Wahnsinn. So, jetzt habe ich mir gerade ein kleines Brückchen in die Hose gekackt, weil ich jetzt schon dachte, jetzt geht es abwärts. Da, ich mache mal Fackel ein. Fackel ein. Fackel ein, Fackel ein. Das ist hier ein Hochganggebäude oder was? Jo. Also, hier war er, da will ich die auch schon irgendwie, denke ich. Guten Tag, wie geht's? Alles klar? Liebe Leute, ja, hallo. So, ein kleiner Mini. Oh Mann, der ganze Kloster und wirkt alles weg. Ich brauche Kloster. Oh Mann, der ganze Kloster und wirkt alles weg. Ich brauche Kloster. Aber ich finde keinen Scheiße. Also, hier bei Andi ist noch weniger Kloster und als auf dem Klo. Leidtchen, das ist doch kacke. Warum hat keiner von euch einen Klostein? Boah, was... Aua! Was... Was zum... Ja. Ich glaube, das ist dieses... Ach, das ist das Herz da hinten von... Von, ähm... Dann ist der Garten, der komische Gronkh-Garten da hinten. Aha. Kommen wir mal ganz kurz gucken. Aber er hat doch da, äh... Weil doch Gronkh sein Geständnis jetzt hier gemacht hat, oder sein Outing gemacht hat, also mit dieser... Pandoria... Da... Zusammen ist... Hat er dann eben hier sowas gebastelt. Alter, alter, willst du mich verarschen? Da läuft immer übelste Umwege und das gleiche hinten. Irgendwie habe ich das Gefühl, da werden wir uns immer ein bisschen verarschen, der Kerl. Jetzt will ich wissen, wo das ist. Hm. Sakreblöe. Okay, liebe Freunde, ich finde kein Close-Down. Was mich jetzt richtig, richtig ärgert. Weil ich jetzt mit meinem Scheiß nicht weiterkomme. Ich gucke jetzt einfach nochmal... Warte, was haben wir denn noch? Winsing, was ist denn das hier? Winsing, was ist denn das hier? Winsing, was ist denn das? Alter... Ah, ja genau, hier ist das Lager. Ey... Bitte, lieber, ähm... Oh, ich... Bullshit! Was soll das? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Was soll das? Powders. Never. Lohnenstaub. Hyalite. Basalt. Obsidian. Monster Drops. Granit. Undersite. Boah, der hat das aber richtig geil gemacht. Clay Bricks. Marble. Diorit. Blamestone. Quarz. Erz. Erz. Werkzeuge. Waffen. Ich ist bei ihm durchgehe. Finde ich da irgendwo close down. Bitte, ich brauche dann ein bisschen close down. Und... Hä? Bin ich jetzt im gleichen wie bei bei Cedis? Ne. Doch. Da oben ist close down. Verdammtisch. Fuck. Grüezi Finnfall. Soll ich mich da jetzt mal fix? Komm, ich hab doch eher damit. Schaff, der schimpft mich denn nicht aus. Das stehen hier dann... Das stehen hier dann... Das stehen hier dann... Das stehen hier dann... Das stehen hier dann seine... Ansicht vor Sau. Sozusagen. seine... Tolle... Ich brauche aber close down. Und ich will auch kein close down verlieren. Erde ist mir jetzt gerade Wurst. Aber ich will kein close down verlieren. mit dem bisserl, was hier hängt, komme ich so nicht weit. Komm zu mir. Ne. Boah. Gehirne. Weg damit. Ich brauche close down. Das ist wichtiger. Immer drauf achten. Ich will nicht runterfallen, sonst bin ich so was von dem Arsch. Wie habe ich den jetzt schon? 20. Ich habe irgendwie das Gefühl, die fallen runter. Und das will ich nicht. Ich will nicht das nicht runterfallen. Und ich will auch nicht runterfallen. Aber was ist los? Wo fallen die denn hin? Komm zu mir. Komm zu Papa. Komm zu Papa. So, ja, da haben wir wenigstens wieder ein bisschen close down. Da kommen wir wenigstens so ein ganz klein wenig weiter. Okay, hier reicht's. Meine Fresse, das gibt es doch gar nicht. Was ist denn hier? Abbau verliere ich aber auch. Ich versuche jetzt hier mal so viel. Das ist. Mein Gott, warum fällst du denn runter? Oh. 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 Warte mal, wenn wir jetzt mal runter gucken. Gut, da falle ich nicht weit. Kann mich dann immer wieder rüber bauen. Alter, was ist das denn? Ich glaube, dazu brauch ich Spitzhack. Okay. So. Ich hasse den Nether so, weil da kann jeder Schritt dein letzter sein. Was ist das Problem hier dabei? Trittst du einmal irgendwo falsch hin? Bab. So. Jetzt kommen wir erstmal wieder ein Stück weiter. Das bauen wir natürlich wieder ab. Wah, was ist jetzt? So, meine lieben Freunde. Ja, da ist das Spiel bei mir abgekackt. Das Problem ist, dass jetzt die Shader weg sind. Mir hat es die Shader zerschossen. Aber das soll jetzt erstmal kein Problem sein. Wir spielen jetzt erstmal die Session so weiter ohne Shader. Zumindest will ich mir hier wenigstens noch den Closedown abbauen. Was ist gerade so geräuschlos? Okay, Geräusche sind doch da. Ja, da habe ich mir wohl den Shader irgendwie zerschossen. Das soll aber kein riesen Ding sein. Das kriege ich schon wieder hin. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt trotz alledem ertragen, hier zu gucken. Auch wenn die Shader bei mir aus sind. Boah, ich habe jetzt schon gedacht, ich bleibe hier oben drauf stehen. Und komme nun mal weg, weil ich habe nur einen schwarzen Bildschirm gesehen. Und so soll es nun nicht sein, nicht wahr? So ein Mist, was haue ich denn jetzt weg? Guck mal, die Axt ist sowieso kaputt. Tschüss. Und du noch. Und du noch. Ja, genau, jetzt ist hier zappel-dustert, ne? Wie viel haben wir denn jetzt? Boah, hoffentlich reichen die Blöcke, ey. Dann kittest du noch mal sowas zu veranstalten. So, hier alles wieder wegreißen. Da gehen uns halt jetzt die ganzen Steine flöten. Aber das soll mir jetzt auch wurscht sein. Ich bin einfach nur froh, wenn ich hier wieder heil rauskomme. Hab ich eigentlich schon erzählt, dass ich den netter hasse. So. Ja, sieht halt jetzt nicht mehr so schick aus, ohne die Shader. Ach komm, die Erde, die hole ich mir immer wieder. Ich habe ja noch genug Stacks zu Hause. Ich weiß, man braucht viel. Aber was soll man machen? Ach so, ich habe ja jetzt bei ihm das Portal aus. Deswegen kann ich jetzt auch bei ihm rein. Pass mal auf. Hier oben finde ich jetzt bestimmt Haufen. Close down. Pass mal auf. Alter, Schwede. Ja, für das, das hat er bloß Sinn. Ich sag mal. Brauchst du da irgendwelche Punkte oder so? Oder so? Wie funktioniert das denn? Schärfe. Verzauberkosten. Spiellevel. Ach, da tue ich diese unten einsetzen, oder was? Kann ich die Schärfe einstellen? Bann. Das ist E. Verbrennung, Plünderung, Haltbarkeit. Jetzt, wie mache ich das jetzt? Kann ich ja... Ist das jetzt verzaubert? Ja. Aha. Schärfe mal ein bisschen höher stellen. Und was gebe ich denn da auch? Habe ich das jetzt überhaupt gemacht? Effizient, Haltbarkeit. Muss ich jetzt hier E drücken, oder so? Ah, jetzt ist es verzaubert. Okay. Und jetzt sind hier die Punkte weg. Aha. So funktioniert das Ganze. Und hier, das ist jetzt... Ne, das ist ja gar nicht. Mein Kosten. Plünderung, Haltbarkeit. So, jetzt ist es verzaubert. Cool. Ja, ich habe mich... Ich kenne mich damit nicht aus, muss ich sagen, mit diesem Verzaubern. Aber... Ja, da weiß ich wenigstens, wie ich das in der Singleplayer-Welt... ...weiter bauen kann. Sau cool. Ich habe erst mal Closed-Down. Und das war ja mein Anliegen. Oh, das sieht jetzt so... Was ist denn mit dem Himmel los? Achso. Jetzt sind halt die Shader wieder weg. Och, meine Oh, das ist irgendwie... Gerade nervig. Aber ja, was willst du jetzt machen? Ich lasse mich jetzt nicht davon abbringen, trotzdem weiterzumachen. Ich glaube, wir haben es dunkel und ich renne hier rum, wie... Wie es jetzt auf einmal aussieht, ja. Aber irgendwie sind jetzt die Monster weg, oder? Mal hoch gucken. Mal so hoch. Hallo? Gut, ich muss gar nicht hoch. Ich muss meine Closed-Downs noch verclosen. Oh, 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 oh. Hä? War das bloß 4? Ah, zum Glück. Was mache ich denn hier? Da... 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 Warum denn können wir dann immer zum Schluss 3 raus? Das ist doch doof. Das ist so richtig doof. Oh, hier sehe ich gerade. Da muss noch was gemacht werden. Fackeltechnisch. Ich habe auch... Ach, guck mal, ich habe noch 3. Ich habe noch 3, ich habe noch 3. Lalalala. Habe ich jetzt 5? Oh, habe ich jetzt 5 gemacht? Verstehe ich nicht. 19 Stück. Kann man ein bisschen hin. Schüssel. Halt, hier tue ich mal noch das rein. Brauche ich denn Holz? Brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Das werde ich noch brauchen. Ich habe mal lieber nicht so viel hier rein. Nicht das dann am Ende. Mir das alles fehlt. Und ich mich dann ärgere, dass ich wieder auch noch eine Kiste muss. So. Ja, die sind los da und da. Ich habe wieder nur noch 3 Brote. Das läuft aber gleich viel flüssiger in die Shader. Was heißt flüssiger? Wirklich, das ist halt flüssig, aber... Aber irgendwie fehlt da jetzt was. Ach, das ist doch doof. Ich werde natürlich versuchen das noch. Es wird nie reichen. Der Closedone. Nie im Leben. 5 noch. Reicht das nicht mal für hier? Junge, ich brauche Closedone. Jetzt sieht das jetzt auf einmal so... komisch aus, ohne die Shader. Ich brauche Closedone, oh Mann, oh. Ist mir jetzt auch Rille. Da werde ich mal den Cetus fragen, ob der mir mal ein bisschen Closedone abbauen kann oder so. Weil der spielt ja öfters. Und der ist bestimmt so nett. Was ich noch machen wollte, ist hier... Etwas versuchen. Und zwar diesen. Genau, das habe ich mir nicht gedacht. Und dann habe ich hier nämlich einen... Trap-in-Aufgang. Marble Stairs. Geht das nicht? Ich dachte, ich kann das gleich dazu benutzen. Wäre ja auch so schön, um wahr zu sein, dass das funktioniert. Weiße Wolle. Kreide. Kalkstein. Nee, oder? Bitte nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei mir hier jemand rumgemerdert. Ach. Das geht ja so gar nicht. Das war schlecht gedacht. Freundeblase. Hm. Na gut. Einen Part werde ich noch machen. Alleine. Seht ihr dann. Aua. So. Bis zum nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Bis denn. Ciao.